Ich habe gerade das Video 257 geschnitten und 255 Fahrstuhl, oh man, nee, sahen bis Anfang. Oh Scheiße, es ist schon wieder zu spät, Packbeutel, Haarweg, Leine, na komm schnell, super, super, aber schön, dass du gar nicht rumzickst, super, mein Scheiße, so, na dann, nee, halt, den Ball, nimm den Ball mit nicht, wenn du aus dem Weg gehst, dann, ich stecke ihn aber erstmal ein, sonst kommen wir eh vorwärts, na komm. Warte, 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 und los. Tag, heute ist Samstag, der 30.04.2016 und wie immer spät dran, besonders wenn ich 12 geschickt habe. Tag, heute ist Samstag, der 30.04.2016 und ich bin für immer in Eile, besonders weil ich 12 Uhr schickt habe. Tag, heute ist Samstag, der 30.04.2016 und ich bin durcheinander. Das ist jetzt das vierte Mal, fünfte Mal, dass ich hier Tag sage, in die Kamera, das andere war irgendwie alles verhaspelt oder dann war irgendwas anderes dazwischen, naja, wie auch immer. Ich bin wie immer spät dran, besonders weil ich 12 Uhr schickt habe und naja, alles ein bisschen knapp wurde. Tja, nachher auf Arbeit werde ich sehen, wie ich nächstes Jahr auch frei habe und ich hoffe, dass ich irgendwie Montag bis Mittwoch oder so frei bekommen habe, sodass ich am Dienstag auf der Republika sein kann. Problem ist nur, dass ich es bis dahin auf jeden Fall nicht schaffe, die Videos aufzuholen, außer ich mache wirklich mal eine Nacht durch und das kann ich gar nicht, glaube ich. Schlafe ich eh wieder vom Rechner an. Cookie, bleibst du bitte hier? Cookie, hier bleib. Naja, muss ich mal sehen. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Tag mehr auslassen, also keinen Tag mehr ohne ein Video veröffentlichen, ob es aktuell ist oder nicht. Erstmal dahingestellt, aber ich wollte eigentlich jeden Tag ein Video online haben. Habe ich irgendwie verbockt, an meinen freien Tagen da zu schaffen, allerdings habe ich immerhin die Auftragsvideos fertig und das war mir wichtig und das ist sowieso wichtig, klar. Aber so sind die auch erstmal vom Tisch und ich habe den Kopf wieder ein bisschen freier. Ich habe den Kopf wieder ein bisschen geholfen, aber ich habe den Kopf wieder ein bisschen geholfen. Vielen Dank. Den Hund? Keine Chance. Sie lässt sich nicht mitnehmen. Das gibt es doch nicht. Mensch, und fangen kannst du auch. Mensch, ist das ein schöner Ball. Kannst du fangen? Du fängst. Pass auf. Das ist eine Blüte. Das ist eine Blüte. Mops, das sag ich nicht. Guck nicht, wenn du willst, oder wenn er will. Ja, sie ist auf die Köpfe. Die Klassen sind da auch nicht anders. Du sollst spielen. Guck dir das an. Nein, das ist wirklich schön. Einmalig, wirklich. nteuerung. Musik guck wie wir müssen die doch vermarkten wir müssen das irgendwie so machen kann man machen ist aber falsch naja wie auch immer das war es für heute tut mir leid für das kurze vlog aber ich habe zwölf und ich muss gleich zur arbeit naja ihr habt es ja gesehen also vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis zum nächsten video tschüss oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017